und die wir machen hier ein pvp-match und das ist ein bisschen das jetzt nicht ausnutzt ja wenn ich jetzt gleich erschossen werden das ist eine schuld weil du mich hergeportet hast also ich verschwinde ja ich verschwinde mal wieder schnell du schon okay ist das ein admin der da einfach importet oder was ja ja jetzt im ernst das hätte er mich nicht zu sich porten können was soll der miss denn warum portet er dich denn so dann ist sie schon mal zweimal gestorben Ivan hätte mich jetzt Ivan hätte mich jetzt locker erschießen können gerade dann scheint er nicht hier in der Nähe zu sein aber na gut oder er hat gesehen dass ich dahin teleportiert wurde und hat deswegen nicht gemacht ja sie ganz schön clever ne ruft erstmal notarzt ja aber sie hat im mikro immer noch genutet im ts warum ja weil sie dann mit ihren beim steam redet ja das ist aber schon durchgehend die ganze zeit seit ich sie das erste mal getötet habe hat sie im mikro immer noch genutet also kommuniziert sie nicht mit Ivan ne ne er hat und deswegen hat er sie jetzt auch nicht mehr geheilt weißt du mhm aber wo hat Ivan her geschossen das war doch wo ich noch unten war ist der etwa hier in die sträucher irgendwo hier unten weiter kommen wir da hingelaufen zu dir du bleibst aber ja im haus ne ja erstmal weil ich hier gut die straße in sicht habe und die andere von der anderen seite auch mhm wenn der geschossen haben ist ja dann kein wunder dass er nicht sterben konnte ja wollte ich auch gerade sagen jetzt ne sms geschrieben verdammt wie sms im ts ja ich hab ne sms bekommen deswegen ich hab mein Handy aus ne nicht jetzt im spiel achso oder wenn die batterie kurz bevor es alle ist ne oder nervt das Handy übelst ja das stimmt sonst doof wäre es jetzt wenn ich mich gerade nicht bewege weil ich jetzt antworten muss könnte ein Tod bedeuten ja ich weiß ich stehe so an der Hintertür von der K... das ist egal wenn ich sterbe dann sterbe ich halt ich hab wenigstens einmal einen gekillt ja ich auch weil zwar... na gut das zählt nicht sie stand ja nur da sie wär beinah wieder am Leben gewesen mhm aber drei Wörter schreiben so schwierig Ivan wo bist du alter du sollst nicht hoffentlich sendet er das doch mhm hast du dich bewegt? ne Daniel? was? hast du dich gerade bewegt? ja 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 ich muss ja hier immer hin und her ist ja... weil ich hab ja hier zwei Straßen in Sicht einmal wo sie liegt und einmal die hier drüben noch wo ich mal vermute dass Ivan in der Richtung irgendwo ist willst du da bleiben? da im Haus? nicht wirklich boah der antwortet ja schnell verdammt muss er unbedingt antworten kann ich später antworten ist er auf dich geschossen? naja ich hab irgendwas gehört dass er geschossen hat aber mir ist hier nichts eingeschlagen aber auf jeden Fall Alter ich bin grad am... ah der ist der ist dann im Haus gegenüber ich seh ihn ja ich hab jetzt geschrieben und ja super Leute ich seh ihn ich seh ihn ich seh ihn Nikoloh Heiheihei voice stop im boat ganz ruhig mein Junge Jaa si100k wenn er wieder mit ​​ der Scheiße Man kriegt sogar noch ein Geld Ja, Johann, du kommst auch nicht durch die Wand mit der Waffe. Wagt dir ja nicht, je eine Rakete jetzt herzuschicken. Bei mir sind sie jetzt in vier Minuten Durchlaufzettel. Steht er hier unten? Das hört sich so an, als ob... Denk dran, Ivan hat eine Handwaffe, denk dran. Der kann auch stürmen. Ich hab ihn ja da hinten... Ah, Moment, ach, da ist er. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Oh, die Sau, was hat der gemacht? Der hat irgendeine Granate geschossen, ich seh alles verschwommen. Ja, jetzt hat er mit seiner Handwaffe, jetzt stürmt er. Er hat sich ja alles gekauft. Ey, das ist ja unfair, das war da nur ausgemacht Waffen. Ja, nur ein Match gegeneinander ohne großen Krimskram. Deswegen hat er sie auch den Helm gekauft. Wie unfair. Ich schieße einfach mal, dass er Angst kriegt. Ah, jetzt schießt er wieder. Ich will, dass es aufhört. Ich seh nix, alles total... Das dauert mindestens fast, äh, zwei Minuten. Alter, Schwede. Ja, so lange dauert es fast noch ungefähr, bis ich mal wiederbelebt werden kann. Was ist mit den... mit Nekro? Ist da irgendwas kaputt oder so? Alter, hast du? Was? Hast du gerade geschossen? Ja, ja. Aber nur, weil ich noch nichts sehe, muss ich schießen. Geh mal leise. Ivan, komm zu dir. Okay. Da läuft nämlich jemand. Ivan, kommt die Treppe hoch. Irgendwas fürchte er laufen. Ja, er hat hochgeschossen. Boah, ich rege mich jetzt irgendwie auf, dass ich da jetzt unbedingt mit dem Handy rumtüffeln muss, ne, anstatt wegzulaufen, da, ja, boah. Jetzt kommt er hoch. Ja. Three, regroup. Du weißt ja, du musst ja nicht anwischen, du kannst ja mit dich nicht... Ja, ja, ja. Ah, er versucht durchs Fenster zu schießen. Oh, der wirft gleich eine Granate rein, ey, das wäre richtig mies. Ja. Nein, er schießt aber noch von unten durch die Wände. Er versucht, er schießt hier überall rein. Aber ich bewege mich nicht von der Stelle. Sollte er die Treppe hochkommen, hoffe ich, dass ich ihm gleich mit einem Kopfschuss erledige. Weil dann einfach nur Spammen halt, halt einfach draufballern. Hast du ihn? Ne, ne, er hat wieder durch die Wände geschossen mit einem Großgewehr. Boah, ich dachte, es hätt sich immer an, als würdest du hier ausschicken, weil ihr genau die beiden selben Waffen habt. Er hat zwar den Vorteil, dass er jetzt... Jetzt, ja, pst! Three, return to formation. Pst! Boah, er hat schon wieder versucht. Ja, ja. Der läuft draußen, immer noch oben das Haus rum. Ja. Na komm, Ivan. Komm einfach ins Haus. Komm ins Haus, Ivan. Trau dich. Alter, bin ich draufgegangen. Wir waren das dominierende Team einfach. Aber ich weiß auch nicht, was mit Neko gerade, also jetzt zur Zeit, da war. Weil sie dann einfach rumstand. Irgendwas ist da auch schief gegangen, denke ich. Oh, er schießt wieder. Gut, Ivan, du kannst dadurch nicht schießen. Ja, und sein Raketenwerfer ist wahrscheinlich Adolf. Ja. Ich sitz genau in der toten Ecke, also... Er kann um dem Haus rumrennen, wie er will. In der Ecke kann er mich nur treffen, wenn er die Treppe hochkommt. Ja, ich könnte jetzt respawnen. Irgendwie, wie ich das jetzt... Dass man das jetzt hier hört, wie er hier am rumballern war. Alter. Ja, er geht richtig ab, der Junge. Ich fack dir aus, dass ich mich bewegen, ey. Ja. Du kommst hier nicht weg. Komm schon, Ivan. Hast du gehört, was er gesagt hat? Nee, das hab ich jetzt nicht gehört. Du kommst hier nicht weg. Ja. Er ballert seine ganze Munition leer. Nachher hat er gar nichts mehr. Lass ihn ruhig ballern. Er kann ja schießen, wie er will. Ist er rein. Er war kurz oben. Ist aber gleich wieder runtergerannt. Er versucht, sich durch die Decke zu schießen. Kann das sein? Nein, er will gleich um die Ecke gucken hier. Er steht... Er steht auf der Treppe. Ja, er will es hinter sich bringen. Er will ihn unbedingt kriegen. Er ist mit Nico, warum hat sich Nico stumm oder spinnt mein TS rum? Kann natürlich auch sein. Sie freuen sich in meiner Aufnahme, dass sie hier gemütlich den ganzen Dings hier sehen. Was macht der denn jetzt? Jetzt ist er wieder runtergerannt. Oh, Ivan. Oh, Ivan. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, das heißt jetzt, wer hat denn... die längere Aus... die längere Aus... also Sitzfleisch sozusagen. Das hast du. Ja, auf jeden Fall. Ivan hat... Ivan zückt das im Finger, das weiß ich. Er hat dann nur noch auf der Treppe gesagt, hör auf, du verletzt doch jemanden. Jetzt habe ich ihn überreden gehört, aber nicht richtig. Ich musste dann nachladen, da bin ich natürlich immer hier in den Raummitte und immer hin und her, hin und her so beim Nachladen. Was macht der denn jetzt? Er kann dich da nicht rausholen, er muss schon die Treppe hochgehen und da muss er... War er ja, er hat aber nicht geschossen, hab ich zweimal, ist er schnell wieder runtergerannt. Wir sind bloß getroffen, Alter, dann wäre er mit einem Schuss weg gewesen. Ein Treffer und du bist weg, er ist weg, oder du. Irgendwas hat er gerade gesagt, mit alles klar, Daniel. Er läuft doch vor jedem Fall rum. Oh, ich habe mit dem Bein getroffen. Hast du den echt getroffen? Im Bein, ja. Granate, nüscht es. Nicht mit Granate hier, das ist unfair. Hab ich dir gerade im Bein geschossen? Nee. Oh, geil. Doch, hat er geblutet. Getötet? Du hast ihn gekillt, Alter. Ja. Du hast ihn gekillt. Hammergeil. Er ist draufgegangen. Soll ich streue, Leute. Ja, ja. Unser Team hat gewonnen. Also hat sie... Die hast du nämlich erwischt. Ja, ich habe dich gesehen. Du kamst da in die Treppe hoch. Mann. Nee, du bist bei mir richtig die Treppe hochgekommen. Warum sie bitten, auf der Straße standen. Abendessen. Achso. Achso, und dann konnte ich ja gemütlich wieder den Kopf rein. Hast du das mitgekriegt, Ivan, dass ein Sanitäter dann die Negro heilen wollte? Nee. Ja, und ich habe auf den Sanitäter geschossen, habe dann Negro, die hat dann schon wieder gestanden. Die wollte dann, ja, die habe ich dann auch nochmal erschossen. Und da habe ich auf den Sanitäter geschossen, dann hat der Sanitäter mich zu sich geportet. Ich, äh, ich, ey, wir sind hier im PvP. Machst du denn, wenn ich jetzt erschossen werde? Oh, tut mir leid, tut mir leid, sagt er. Nee, du bist bei mir in die Treppe richtig hochgegangen jetzt gerade. Ist gerade, weil mein Spiel hat sich schon wieder minimiert, sorry. Ja, aber hier war ich ganz normal hinter der Wand noch, noch nicht mal auf den Treppen oben. War ich der, war sie derjenige, den ich als erstes angeschossen habe oder auf diesem Haus drin war? Ja. Okay, dann war sie das. Irgendwie habe ich nicht getroffen, dabei sind die Kugeln aber angekommen. So, und was machen wir jetzt? Äh, keine Ahnung, ich muss erst mal vier Minuten warten. Ja, auf jeden Fall. Und ich werde hier bei einem Rebellenlager gerade wieder beschossen ohne Ende. Hier sind wir die Sniper in den Türmen. Ah, dann kann ich da auch nicht hinfliegen und die abholen, wa? Äh, da wirst du ab... Kannst du reinfliegen? Ja, wird ja abgeknallt. Die Türme sind besetzt, da sind Sniper drin. Soll ich da mit dem Heli reinrauschen? Oh, das will ich sehen. Ja, machen. Ja, warte mal, dauert eine Weile. Ich gehe hier in schnirken Tempo zum Heli jetzt. Aber du Arsch, du warst so feige. Ich hätte dich eigentlich schon längst erschießen können. Ja, du hast ja keine... Wieso warst du dann im Feige? Du hast mir mit dem Raketenwehr von Granaten geworfen. Keine... Ey, einmal hättest du das Haus stürmen können. Ich habe eine ganze... Bestimmt zwei Minuten lang habe ich nichts mehr gesehen. Alles war verschwommen gewesen. Echt? Hat dich das erwischt? Weil das war bei mir... Aber dann habe ich... Ja, ja, ich habe dann geschossen hin und wieder, damit du es ja nicht wagst. Weil du... Ja, wenn du denkst, ich sehe dich ungefähr und schieße dann einfach. Ja, ich habe geworfen und dachte mir, hoffentlich ist es nah genug.